Jedes Mal, wenn ich was crafte, bekomme ich einen Random-Effekt. Die Besonderheit, der Effekt ist permanent und die Effekte stacken sich. Das heißt, aus Blindness 1 wird Blindness 2, 3, 4 und so weiter. Haben wir Glück mit den Effekten oder haben wir Pech? Das werden wir sehen. Wenn euch sowas gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst jetzt ein Like, abonniert den Kanal, um mich zu supporten, schreibt einen nice einen Kommentar oder sowas für den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns täglich live auf Twitch.tv und jetzt viel Spaß mit diesem geilen Video. Man kann ja einfach Milch trinken. Können wir ja mal probieren. Willst du etwa cheaten? Ich kann keine Milch trinken. Es geht nicht. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lange und starten rein. Das ist halt jedes Mal richtig wie so ein Glücksspiel, wenn wir craften. Doof! Let's go! Wenn wir da jetzt kein Crafting-Table haben, craften wir uns direkt ein Crafting-Table. Oh ja, Brot. Fletching-Table ist insane. Das heißt, wir können uns das Craften sparen. Zwei Fletcher! Wir werden ein Crafting-Table craften. Bitte gönnen. Einen guten Effekt. Der bleibt für immer. Ich mach's. Invisibility! Das ist insane! Crafting-Table für Invisibility nehme ich gerne mit. Jetzt noch Glowing. Wir werden ja fliegen in der Hollander. Ist es jetzt so, dass die Mobs uns niemals angreifen werden? All good! Solange ich keine Rüstung hab, sehen uns die Atzen hier nicht. Wenn ich sie dann schlage, dann... Oh nein, jetzt sehen sie mich. Ist ja auch wirklich eine gute Mechanik. Oh, warte mal, nein. Jetzt sehen sie mich alle. Ey, nein! Ich dachte, ich hätte einen Mann im Vorteil. Eisen? Sehr strong. Ist richtig... Ah! Nein! Ich möchte diesen Run nicht verlieren. Das ist so ein guter Run. Einfach weg. Einfach wegrennen. Crafting-Table? Ich hätte ihn hier abbauen müssen. Oh nein. Okay, ich hab einmal umsonst gecraftet. Schau dem Enderman tief in die Augen und er sieht uns nicht. Ha, 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 ha. Dorf Nummer zwei! Wir werden uns mal ordentlich was an Essen hier braten müssen, weil wir uns kein Brot craften können. Hallo, Creepy. Ah! Ich vergesse jedes Mal, dass sie mich sehen, wenn ich items in den Moment hab. Robby, bitte schneid nicht rein, wie ich die ganze Zeit schreibe. Wirklich, was denken die Zuschauer, die mich nicht gut genug kennen? Was denken die? Verzeiht mir, bitte. He, 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 he. Ein Geist. He, 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 he. Oh, Türen mitnehmen. Sehr, sehr guter Call, der von meiner letzten Craften gleich halbes Herzschel in den Schnauhenkopf ist von mir. Türen mitnehmen, damit man unter Wasser atmen kann, die wir nicht craften können. Ich crafte mir ein Schild, Leute. Ich crafte mir ein Schild. Was für ein Effekt kommt? Und... Oh, nein! Mining-Fatigue! Oh! Wie lange brauche ich jetzt, um ein Crafting-Tape abzubauen? Oh, mein Gott! Und? Okay, zwei Eisen. Trash. Wir brauchen eigentlich Haste. Theoretisch müssten wir jetzt gambeln, wenn wir noch ein paar Mal craften, dass wir Haste bekommen. Come on! Ja! Das ist strong, weil wir uns kein Gap craften müssen. Wollten wir jetzt sagen, dass ich hier nicht durchkomme? Ja, perfekt. Ähm, ich glaube, dem geht es nicht so gut. Der Brewing-Stat ist weg, wenn wir den mit der Hand abbauen. Ja. Yes! Okay. Unser Plan ist es jetzt nämlich hier, aus den Leaves Sticks rauszubekommen, um dann eine Axt zu craften. Meinem Fittigen, den ganzen Run über zu haben, ist wirklich nicht nice. Baut doch mal schnell ab. Joy! Sticks! Jawohl! Im letzten Moment noch Sticks bekommen. Wir werden uns jetzt in der Hoffnung, Haste zu bekommen. Es ist eigentlich so dumm, dass wir das machen, aber wir wollen eine Axt machen. Iron Axe. Bitte, kein Levitation. Resistance! Ja! Jetzt haben wir eine Axt und Resistance. Bam! Genauso Weizenblöcke nehmen wir safe mit. Die werde ich auch safe verkraften für Emirates. Kollegen! Oh, Digga, das wollte ich nicht. GG. Schmiedi! Let's go! Bitte eine Spitzhacke oder ein Schwert. Oh! Das ist so strong! Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir uns einen Eimer. Ich will nicht auf ein Savanderdorf warten. Ich mach's! Aus allen Effekten, die wir kriegen können, kriegen wir Invisibility? Hä? Das ist ja voll useless. Okay. Ruined Portal, noch ein Dorf und ein Iglu. Alter! Das ist crazy. B2 Soup! Hä? What the fuck? Ich hab noch nie eine B2 Soup in der Kiste gefunden. Aber dass wir den Furnace in der Kiste haben, normalerweise würde man sich nicht darüber freuen. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr krass. Das heißt, wir brauchen keine Spitzhacke, um uns einen Ofen mitzunehmen. Und noch ein Fletching Table. Wir spielen mit maximal drei Fletchern. Das heißt, wir haben schon mal fast alle Jobblocks, die wir brauchen, die sich... Bam! Wir haben 14 Eisen. Anderthalb Steaks, Ovenkarton. Wenn das nicht reicht... Du hast schon Armour. Stimmt, ich hab schon halb Eisen. Zwei Eisen Pieces müssten wir uns craften, das könnten wir sogar schon machen. Ja, okay, wir craften uns Rüstung. Let's go. Zack, zack, zack. Oh! Luck! Wir werden nie angeln, aber wir tun mal so, als wäre Luck krass. Wow! Wir haben Luck bekommen! Bitte kein Laptation. Kein Bad Omen. Speed! Ey, wir haben bis jetzt nur einen negativen Effekt. Wie kann das denn sein? Es ist das dritte Iglu in so kurzer Zeit. Warum haben wir so Glück gerade? Wenn ich jetzt meine Effekte wegmachen möchte... Ist leider disabled. Nein! Ich bin so dumm! Ich hab jetzt meinen Eimer gewastet. Ich kann ihn ja nicht mehr entleeren. Och, ich bin so blöd. Ja, perfekt. Nice. Eimer Crafting umsonst, bitte. Erstmal absolut Wasser verschüttet überall, weil ich mich erschrocken habe, dass ich runtergefallen bin. Eisenspitzhacke. Welchen Effekt kriegen wir? No! Strength! Ich dachte, es wäre Weakness. Oh mein Gott! Wir haben so ein unfassbares Glück. Das ist insane. Aber das kommt gleich alles zurück, glaube ich, noch. Boot? Müssen wir uns craften. Es wird nirgends stehen. Wir machen es. Oh mein Gott! Health Boost. Ein Effekt. Kann alles ruinieren. Ich will es immer gesagt haben. Ja, okay. Wir machen alles zu Sticks. Haste! Ja! Damit haben wir offiziell keinen negativen Effekt mehr, weil wir jetzt Haste haben. Das gleicht meinen Fatigue wieder aus. Jetzt machen wir uns einen Eimer. Wir machen uns zwei Eimer. Regeneration! Ne, also das ist ja wirklich... Also, ich fass es gerade wirklich nicht mehr, ne? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Gap! Gap Nummer 4. Wir haben einen Flint in Steel gelootet. Noch ein Gap. Ich fass es nicht. Und gold... Oh mein Gott. Und noch goldene Karotten. Wir haben sogar noch einen Stonecutter hier. Stonecutter! Du bist cool. Ja, wir müssen uns eine Schaufel machen. Ich werde nicht ohne Schaufel Clay farmen. Wir brauchen viel Clay. Ich klicke. Warum haben wir so ein Glück? Ich werde jetzt Weizen umcraften, Leute. Bitte nichts Schlimmes. Jump Boost. Jump Boost ist nervig. Aber ist noch okay. Ich hoffe, dass hier noch ein anderer Farmer ist, der vielleicht Weizen tradet. Jawohl. Okay, das sind auf jeden Fall... Komm mal. Schaut mal, Leute. Das sind 36 Emirates. Die waren es schon wert. Ey. Eine Bell in einem Ruhen Portal. Ja, wir machen das jetzt ein Portal. Let's go. Eins, zwei. Zack, zuck. Zuck. Boom. Leute, wir gehen rein. Joa. Sieht jetzt nicht so rosig aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir müssen umcraften. Schade aber auch, dass unsere Strength jetzt weg ist. Wir haben die Lucky Streak unterbrochen. Wir haben das erste Mal was Negatives bekommen seit Mining Fatigue. Das ist jetzt über anderthalb Stunden her. Jump Boost nervt. Ich bin ehrlich mit euch, Leute. Oh. Wegen sowas nervt Jump Boost. Genau das ist das, wieso ich sage, dass Jump Boost nervt. Festung. Ja. Jawohl. Hier ist ein Spawner. Sehr gut. Ja. Oh mein Gott, die Drop Rates auch heute, ne? Vier Blaze Rods habe ich schon. Noch eine Blaze Rod. Noch eine Blaze Rod. Ich habe ja Luck, stimmt. Ja, ich habe Luck. Ich könnte jetzt schon weggehen. Ich habe Luck. Meine Axt. Nein. Ich muss mir eine neue Axt machen. Das geht nicht anders. No risk, no fun. Okay, Leute. Ich labere gar nicht lange. Ich bringe es hinter mich. Stärke 2. Oh mein Gott. Joa. Ja. Wir brauchen für die Ender Pearls eine Brewing Stand. Wir haben leider keinen finden können. Ich tue es. Nein. Nein. Ich will ja nicht, dass mein Viewer schwindelig wird, ne? Nein. Jetzt ist der Brewing Stand, den wir gerade gecraftet haben, da drüben. Och Mann. Wir haben sogar zwei Brewing Stands mit zwei Clerics maximal. Bitte lass es nicht zweimal ein Flaschentraid sein. Nicht der Flaschentraid. Ah. Och Mann. Was ist das denn hier eigentlich? Lol. Du bist der Auserwählte für die Ender Perlen. Wehe. Du gibst mit dem Flaschentraid. Wehe. Enttäusch mich nicht, lieber Villager. Oh Mann. Was für ein Effekt glaubt ihr kommt, wenn ich mir jetzt eine Eisenschaufe crafte? Wither ist nur für ein paar Sekunden. Wither würde ja sonst der Instantot sein. Das müsst ihr verstehen. Bitte. Nichts Schlimmes. Fire Resistance 2. Ja. Ey. Es war ein Free. Es war Free. So Kollege. 16. Nö. Mach ich nicht. Nö. Du kannst jemand anderes scannen, mein Freund. Dich nehmen wir. Ähm. Wait. Wir haben schon genügend. Hä? Ich bin so dumm. Ich hab gekraftet gerade aus Versehen. Jetzt haben wir Conduit Power. Wie geil. Jetzt sind wir noch schneller. Bam. Yo. Pearls. 7 Pearls. Jetzt haben wir genau 12 Enderpellen. Ich mach's. 3, 2, 1. Bam. Wither. Aber ich hab Regeneration. Ich hab Regeneration und Resistance. Bam. Ich kann nicht mehr. Das erste Auge zerploppt. Alter, wir sind so schnell. Guckt euch das an. Wir werfen viel zu oft. Ah. Ich werf nochmal. Haha. Jawoll. Jawoll. Come on. Wie weit bist du mit unten? Ja, GG. Wir müssen uns eine neue Spitzhacke machen. Nice. Perfekt. Okay. Wither ist tatsächlich, wie gesagt, useless. Weil wir Regeneration haben. Wenn das jetzt so ist, ich muss mir eine neue Spitzhacke machen. Das geht ja um. Oh mein Gott. Wir haben uns die ganze Zeit in die Richtung da hinten runtergegraben. Bitte habe zwei Augen drin. Sonst müssen wir nochmal traden. Äh. Neue Spitzhacke. Geil. Das ist so gut. Oh mein Gott. Jawoll. Das heißt, wir müssen uns keine neue craften. Wenn ich jetzt hochgehe, sind da bitte zwei Augen drin. Bitte. Ja. Let's go. Okay. Wir müssen nicht nochmal craften. Zack, 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 zack. Boom, bam, bam, boom. Butz. Bam. Aber wir haben ein Problem. Wir haben keine Pfeile und wir haben keinen Bogen. Deswegen müssen wir nochmal zum Dorf. GG. Gönn einen guten Bogen. Komm. Ja. Holz. Bam. Haha. Oh mein Gott. Ey. Ich wollte legit... Ich wollte gerade sagen, dass wir kein Gift haben. Ist so lucky. Es ist eine Challenge. Es ist okay. Es ist funny. Wir kriegen auf lange Zeit Damage. Kann das sein? Ja. Wir kriegen auf lange Zeit Damage. Irgendwann werden wir auf einem halben sein. Das war tatsächlich der dümmste Craft, glaube ich, dass wir Holz gemacht haben. Wir sind nun beim Portal. Wir müssen jetzt durchgehend essen. Ansonsten werden wir... Aber ansonsten, wir haben alles, was wir brauchen. Let's go rein. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. MLG verkackt. Spaß. By the way, Leute, man sieht den Chat nicht im Stream. Außer, Robby macht's auf Kampf. Ich weiß gar nicht, wieso ihr da jetzt ein Like da reingeschrieben habt.